Ladies and gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Dust, hier euer Dinger im Start. Wir sind jetzt auf dem Weg um die Schneise des Todes. Ja, ich nenn das Ding jetzt einfach mal so, weil... Wir werden hier sowieso wieder sterben, ungefähr 150.000 Mal, bevor wir das mal irgendwann schaffen. Es ist einfach, wie es ist. Es ist traurig, aber wahr. Puh, unser erster Gegner besiegt, so mäßig, könnte man sagen. Wir haben unser Shampoo bekommen. Schön. Hm, wir kommen voran. Wie hat der meine Kette durchbrochen? How the fuck? Schon wieder. Ich verstehe das nicht. Hammer. Jetzt habe ich zwar nichts mehr zu fressen, aber ich habe den Spass besiegt. Großartig. Der nächste hat mich irgendwie gehittet. Ich weiß wieder nicht wie, aber er hat es geschafft. Wow, wir kommen richtig gut durch. Wir haben uns doch schon alles gefressen wieder, was wir haben, aber hey. Wackelt. Machen meine Typen überhaupt was vor, die machen 50 Damage, Alter. Ohne witz, ihr seid die übelsten, übelsten Damage-Dealer hier in dem Game. Holy shit. Und überanstrengt euch bitte nicht. Ich checke das nicht, wie die mich treffen, Alter. Ich verstehe das nicht, man. Ich fliege über den, ich bin 10 Meter hinter dem. Aber er trifft. Ich habe da nichts zu fressen, Alter. Tötet ihn, macht was ihr wollt. Taggt ihn einfach. Ich hebe die Sachen auf hinter euch. Aus Essen. Gucken wir das jetzt in Ruhe an, machen wir ein bisschen auf den hier. Wow, 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 bitte nicht anfassen, Papa Lord. Please not touching of the Great One. Wir wissen nicht, wie viel Leben er noch hat. Ich sehe das nicht, Mann. Er ist tot. Wow, level up. Good job, nur bringt mir die Scheiße nichts. Ich meine, 40 Leben. Ich sehe das nicht. Ich ist das nichts. Ich habe so Angst, ich weiß nicht wo die Gegner sind Holy fuck! Ey, wir waren fast durch! Oh, wir waren fast durch! Ahhhh Ach, Alter, die haben so einen Longarm einfach nur So ein übertriebener Longarm Ja, klar, ey, Alter, töte mich doch gleich mit einem Filz Meine Füße Ah, der kann jetzt sterben, Dankeschön, Hammergeil Ohne Witz, Leute, ihr seid die Besten einfach nur Haben wir es jetzt tot? Jawohl, er ist tot, holy shit, hätte ich gar nicht gedacht Ja, klar, zerbricht doch meine Kette, Alter Zehn Leute greifen mich an, aber ey, ja klar, ich greife voran Droppen nicht mal vernünftig Kohle, Alter Wenn so jeder Soldat mal so 10.000 droppen würde oder so Ja, fette Scheiße, nein, Mann Droppen so wie normale Trolle, Alter Zwei Gold oder so Boah, diese Wölfe, Mann Die droppen auch nichts zu futtern, ey Schweinerei Ups, Alter, Mann Das macht doch wieder kein Bock, ey Du springst da vorn Och ja, ich hütte dich mal Wir kommen, wir schaffen das Level nicht, wir schaffen das nie 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 werden wir das schaffen, nie Ja, wie hat der jetzt wieder meine scheiß Kette durchbrochen? Ja, klar Kannst du auch was anderes sagen als unlauntum rumspringen Oh, Hammer, der Typ ist gestorben oder aus der Fette? Nee Na, auf der dritte ist jetzt Nichts? Ja, ich hatte nichts Ja, ich habe das, was es 가능, wenn ihr jetzt Kannst du auch was Eich Ja, ich sehe, was Na, ich sehe, das Und Ja, ich möchte Ja, ich läuft Woche Also Ich gehe Genau, setz dich auf den Boden, schweig still, du Narr Alter, stirb, schnuppere Gas, Bösewicht, geh mir nicht auf den Sack, ey In der Luft, Ka-Vlock Ich mach's jetzt einfach wie ein Bob, Alter Ich mach einfach jetzt, ich halte jetzt einfach Y gedrückt, bis er aufsteht irgendwann Und er trifft mich trotzdem, obwohl er in der Luft sein muss Auf ein neues 2000 Damage hatte er mir, glaub ich, gemacht mit einem Hit 2000 Damage Ich dachte, wir haben jetzt hier die Versorgung und alles und sind übel fett dabei und so dadurch Aber nein, irgendwie sind wir noch schwächer als vorher, kommt mir das vor Was hat diese scheiß Versorgung eigentlich gebracht, Alter, wir haben Strom, toll Sehe ich irgendwelche Stromattacken oder sowas von irgendjemandem außer mir, nein Sehe ich irgendwelche Wasserattacken, nein Also was hat das gebraucht, nix Komm Jawohl, töte mich doch gleich wieder Jawohl Ich bin vergaß, böse Wicht Oh ne 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 auf den hab ich keinen Bock Das ist ja richtig im Rampage-Modus Das ist ja richtig im Rampage-Modus Das ist ja richtig im Rampage-Modus Oh, jetzt stirb doch endlich mal, ey Fette Stück Scheiße, Mann Das ist ein Witz! Das ist ein absoluter Witz! Die Hinten einfach in die Luft, die predikten, dass du da hinfällst und dann fällst du da hin! Alter! Ich würde jetzt gar nicht wissen, ob der noch lebt oder nicht, Alter, aber ich würde sagen, dass du da hinfällst und dann fällst 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 du da hinfällst. Ah, was ist das auf jeden Fall tot? Habe ich ein Eis oder so? Nein, habe ich nicht. Cool, good job. Gut, dass so viele Healing-Sachen hier geschloppt sind. So, was hat der jetzt gemacht? Der hat jetzt einfach mal durch mich durchgebuttert, würde ich sagen. Bam! Der hat einfach mal so gemacht und hat mir 800.000 Damage gemacht. Kann ich dich einfach raggen über die Zeit? Ich kriege ja immer so 10 HP. So, da stehe ich hier aber eine Stunde, habe ich mich vollgereckt und habe mich in zwei Hits wieder tot. Ja, komm. Ne, 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 mich brauchst du gar nicht angreifen, du Sau, ey. Ich habe gar keinen Bock drauf, ey. Ich bin jetzt ehrlich. Brauche ich gar nicht... Das ist das Ding. Brauche ich gar nicht irgendwas machen, bei dem ich sowieso einholt, oh, dieses fette Stück Scheiße. Ich komme nicht mal von dem weg. Nein. Mann, ich werde hier eh sterben, Mann. Alter. Ich weiß, wo die Gegner sind. Ich habe Angst. Ich will noch kein Item bekommen, um mich zu hienden. Wir sind jetzt auf einmal drei... Es ist nicht machbar. Es ist nicht machbar, dieses Level. Ich habe einen neuen Plan. Ich habe eine neue Taktik rausgefunden. Mal gucken. Wir gehen erstmal... Erstmal müssen wir ganz nach hinten kommen, ne. Also, wenn ihr schon mal so weit seid, dass ihr ganz nach hinten irgendwie kommt, ohne gehittet zu werden, Alter... Dann seid ihr groß. Warm. Hier nehme ich jetzt mein Ding, Alter. Mein Futter. Jetzt werde ich einfach alle töten. Alle. Scheißegal. Scheißegal. So ein paar Laus, Alter. Was soll die gegen mich machen, Mann? I'm the great one, Mann. Ich mache einfach andauernd dasselbe. Hoffen nicht gehittet zu werden. Werden trotzdem gehittet, weil die sechsmal uns blocken können. Weil... Fuck logic. Der Typ hittet noch seine eigenen, Alter. Das ist was unsere Besser. Aber er macht trotzdem nicht besonders viel Leben... Äh, viel... Boah, Alter. Ah, nee. Das war jetzt nicht so geplant. Wollte eigentlich ganz schön die Gegner töten. Ja, der Fette ist down. Das ist schon mal nice. Jetzt machen wir nochmal die Kleinen hier down. So viel Leben haben die jetzt auch nicht mehr. Also, sie fucken uns nicht zu sehr ab. Also, sie werden schön auseinandergenommen. Locker flockig, Alter. Gehen wir einfach in das neue Gebiet rein. Boah, und dann steht da noch einer. Ich glaub's nicht, Alter. Ich will auch so einen Sprung können. So einen Schattensprung, Alter. Dann fick ich auch alle. Und dann mach ich so... Ja, ja, hat wieder Sinn gemacht, diese Logik von dem Spiel. Ja, Mann. Wollt! Ja,ja. Ah, herrlich mal so ein Ding Oh, wir haben das Chapter geschafft, Alter Uh, wir wissen nicht, was in dem nächsten Ding kommt Ich Beabschiede mich erst mal vor euch Schon wieder 20 Minuten mit der Scheiße verbracht Haut rein, bis später